Herzlich Willkommen bei Futorial, mein Name ist Sinan Kurtulus. In diesem Tutorial geht es um die Cincinnati Mastering Patches, ein neues Produkt auf Futorial. Erstmal zunächst natürlich eine kleine Einleitung worum es überhaupt geht. Dafür habe ich uns eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich hatte nur das FV Studio Bild am Anfang gelassen, damit das so schön aussieht, aber jetzt kommt erstmal eine kleine Präse. Also wir sehen hier schon ein kleines Bildchen. Also was sind die Cincinnati Mastering Patches überhaupt? Das sind Effektketten für FV Studio, gemacht im Patcher. Der Patcher, das ist, ich kann das ganz kurz zeigen, selbst ein Effekt, wenn ich ihn denn finde da, der Patcher, ja und dann könnt ihr in diesem Effekt beliebig viele Ketten bauen. Zum Beispiel ein Multiband Kompressor mit einem Multiband Kompressor, mit einem Multiband Kompressor, ja und dann habt ihr das in diesem Patcher, aber hier sieht es auch aus, als wäre es eben nur ein Effekt. Den könnt ihr abspeichern und dann habt ihr einen Patch gebaut. Kann sehr sehr vorteilhaft sein. Ihr seht das hier, die Patches, die ich jetzt für Cincinnati Mastering gemacht habe, sind wesentlich komplexer. Da sind nicht einfach nur drei Multiband Kompressoren hintereinander. Das wäre ja auch ein bisschen albern. Was können diese Cincinnati Mastering Patches? Also ich behaupte, sie können teilweise teure und komplizierte Mastering Plugins ersetzen. Zum Beispiel, ich habe hier mal den Premium Anbieter rausgenommen. Ozone ist ja ein sehr sehr hochwertiges und teures Mastering Plugin. Kann natürlich auch jede Menge. Kann vor allem sehr sehr viel einstellen. Ist aber häufig natürlich auch ein Problem. Je mehr Einstellungsmöglichkeiten wir haben, desto häufiger steht man davor und fragt sich, aber was stelle ich denn da jetzt ein? Die Möglichkeiten sind sowas von unendlich. Das heißt, wir können dadurch, dass ich das im Prinzip schon manches vorgearbeitet habe, kommen wir wesentlich schneller an unsere Ziele. Also die Anwendung ist einfach ein wenig praktischer, die Möglichkeiten dagegen natürlich etwas geringer. Allerdings muss ich noch erwähnen, es sind keine Presets. Also es ist nicht so, dass ihr einfach den Patch da reinladet und dann ist das Mastering fertig. So ist es nicht. Es sind Effektketten und ihr seht es, ihr habt selbst jede Menge Einstellungsmöglichkeiten und die müsst ihr auch wählen. Also wenn ihr das Patcher Preset, also es ist ja kein Preset, wenn ihr den Patch reinladet, dann passiert erstmal nicht viel. Das Schöne ist aber, dass es nicht unendlich viele Regler gibt und in Einzeltutorials werden diese einzelnen Patches auch erklärt. Das heißt, jeder Patch, den ihr verwendet für ein Mastering, da bekommt ihr eine Videoanleitung, wie ich euch erkläre, wie ich mir dieses Patch hier vorgestellt habe, wie man es anwendet. Ja, was ist der Vorteil dabei? Naja, ihr müsst die einzelnen Sachen, zum Beispiel hier den Kompressor nur für den Bassbereich oder einen parametrischen Equalizer nur für den Mittenbereich, den müsst ihr nicht einstellen. Den habe ich eingestellt nach meiner jahrelangen Erfahrung, wie ich der Meinung bin, wie ich der Meinung bin, nach meiner Meinung eben eine gute Einstellung. Das heißt, ein paar Komponenten fallen für euch weg, die aber eben allgemeingültig funktionieren. Ihr müsst nur noch im Prinzip den Grad einstellen, wie stark ihr alles Mögliche haben möchtet. Wann kann man die Mastering Patches anwenden? Nun, es ist so, man muss fairerweise dazu sagen, ein guter Mixdown wird vorausgesetzt. Also ihr könnt nicht einfach irgendeinen Mist machen und sagen, ach, die Mastering Patches vom Sinan, die werden das schon regeln. Das ist eine schlechte Idee, da werde ich euch auch garantiert vorhersehen, dass das nicht funktionieren wird. Also man kann sagen, die Mastering Patches können Gutes besser machen. Das ist sozusagen der Anwendungsfall. Man kann nicht aus scheiße Gold machen. Also die heißen ja nicht Bohlen Patches, sondern Cincinnati Mastering Patches. Schlechter Witz am Rande. Dann schauen wir doch mal ganz kurz, wir haben jetzt hier sehr viel Präse gehabt. Wie sieht das Ganze in FL Studio aus? Was bekommt ihr? Was ist sozusagen der Produktumfang? Ihr bekommt einen Ordner, der heißt Cincinnati Mastering Patches. Den könnt ihr dann einfach per File Settings euch da hinzufügen. Bei mir ist der hier eben da drunter. Und dann habt ihr den hier links. Und in diesem Ordner findet ihr drei Unterordner. Ja, die sind dann schon in einer Reihenfolge versehen. 0.1, 0.2, 0.3. Das ist auch ungefähr die Reihenfolge, die ich für ein Mastering immer empfehlen würde. Mastering ist natürlich kein standardisierter Prozess. Jeder Track muss irgendwie natürlich anders auf seine eigene Weise gemastert werden. Aber es ist schon mal ein kleiner Wegweiser, wie man vorgehen kann. In diesen Ordnern findet ihr dann, wie gesagt, diese Patches. Zum Beispiel hier so ein DC Kill und Stereo Shape. Den könnt ihr dann da reinziehen. Und dann habt ihr hier eine grafische Oberfläche. Ihr seht zwei Regler. Also zwei große Regler. Ich habe die auch schön farbig gemacht, damit das alles halbwegs schön auch aussieht. Das Auge hört mit oder so. Ne, das war beim Essen. Das ist mit. Aber hört das mit? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es hier drei Regler. Und wer natürlich wissen will, was diese Regler machen oder das Ganze nachvollziehen will, der schaut sich einfach mal die Map an und dann sieht man, okay, da passiert so etwas. Da ist ein Wave Shaper dabei. Da sind zwei lineare Equalizer. Dann kann man sich auch noch die einzelnen Komponenten eben anschauen. Oder man benutzt einfach das Surface und sagt, ach, was da hinten passiert, das interessiert mich gar nicht. So kann dann auch noch zum Beispiel hier so ein Limiting. Ach ja, genau. Im Limiting-Ordner gibt es dann nochmal Easy und Pro. Das ist ein bisschen nur darauf aufgeteilt, wie einfach die zu bedienen sind. Also zum Beispiel ein Limiting-Tool Only Power hat only one Knopf. Ja, also ein Knopf, womit ihr dann die Power regelt. Jetzt ist es spannend. Was macht dieser eine Knopf? Schaut man sich die Map an, denkt man sich, wow, der Knopf macht einiges. Ja, das ist nämlich das Interessante an, den Mastering-Patches. Ihr habt einen Knopf, einen Drehregler und der verändert sehr, 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 sehr viele verschiedene Stellräder. Und wie das im Einzelnen klingt, das sehen wir in den Einzeltutorials. Das war jetzt erstmal nur die Einführung, was sind die Mastering-Patches, wann kann man sie benutzen und was bekommt ihr. Alles weitere dann in den Tutorials zu den einzelnen Patches.